Musik Mein Name ist Nana Lifestyle Domina, ich bin heute unterwegs und darf Lagalana Zigarrenmanufaktur kennenlernen. Und wer dahinter steckt, das erfahre ich jetzt. Meine Frage erstmal vorab, wer sind sie und wo befinden wir uns hier genau? Ich bin Annette Meisel, ich bin die Gründerin und Inhaberin von der Lagalana Zigarrenmanufaktur und wir sind hier in meinem Ladenlokal. Ich habe also hier einen Zigarrenladen, wo ich meine eigene Marke Lagalana verkaufe und auch wunderbare kubanische Zigarren, die besten Marken der Welt. Musik Hinten gibt es einen Raum, wo man ganz gemütlich Zigarre rauchen kann, also ein Degustationssalon. Und da machen wir auch Zigarrenseminare und gemütliche Abende, wo man eben seine Lieblingsmarke mal ausprobieren kann. Musik Wir sind gestartet im Geschäft, im Eingangsbereich, wo man sich umschauen kann und auf jeden Fall die richtige Zigarre finden kann. Sind wir jetzt in dem zweiten Bereich hier, in dem Wohlfühlbereich, in dem Salon, um genau zu sein, in dem Degustationsbereich. Ich habe mir schon einen kubanischen Kaffee gegönnt und darf gleich mit dir was für eine handgerollte Zigarre erleben. Genau, ich habe es ja gerade eben für dich frisch gerollt. Das ist die Lagalana Zigarre. Riecht sehr lecker. Bist du mal riechen? Mh? 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 Lecker, oder? Und ich werde sie jetzt fachgerecht anschneiden und anzünden. Musik Musik Und ich kann einfach, wenn ich jetzt den Film sehe, der wird ja über Facebook, über YouTube, über LinkedIn, über Zing, in die große weite Welt nach außen getragen, dieses fantastische Konzept mit natürlich auch Lifestyler TV. Ist das so, dass ich einfach vorbeikommen kann und auch hier die Zigarre mit dir erleben kann und mit Ihnen? Ist das möglich? Ja, auf jeden Fall. Also hier ist geöffnet von 12 bis 20 Uhr. Man kann hier einfach reinkommen, sich eine Zigarre gönnen. Es gibt dann aufs Haus immer ein Getränk zur Verkostung gratis dazu. Das ist also unser Service. Und wir haben hier auch Seminarabende. Man kann also auch selber mal lernen, eine Zigarre zu rollen. Wenn du möchtest, kann ich dir mal beibringen. Sehr gerne. Das machen wir dann im zweiten Teil. Ja, gerne. Und man kann auch mit privaten Gruppen das mieten. Wir haben viel... Man kann das ja reservieren, mieten und auch Geburtstag feiern. Also, sagen wir mal so, es ist immer im Zusammenhang mit einem Seminar. Wir haben sehr viele Junggesellenabschiede, was ich immer toll finde. Es kommen ganz tolle Gruppen, tolle junge Männer, die hier gediegen ihren Junggesellenabschied verbinden mit einem Seminar. Und also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben hier Rum-Seminare, wir haben Literatur, Hemingway. Es gibt auch einen Musikabend, wo ich singe und was erzähle über Zigarren. Also es gibt hier viele Programme. Man kann es auf der Webseite sehen, www.lagalana.de. Perfekt. Lagalana.de, da sollte man sich auf jeden Fall merken. Wir werden jetzt die Zigarre noch genießen und natürlich auch meinen kubanischen Kaffee, den ich mir gegönnt habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Das ist ein Format von Kölner, für Kölner. Und wir sehen euch hier bei Lagalana, direkt im Herzen von Cologne. Und wir sehen euch hier bei Lagalana, direkt im Herzen von Cologne.